Wenn du nicht nur deinen, sondern seinen Traum lebst, wird es oft so sein, dass es nicht jeder versteht und erst einmal alles daneben geht. Ich hörte eine bekannte Sängerin sagen, hey, auch ich hatte Depressionen, meine Message an dich ist, mach weiter, du packst das schon. Du packst das schon? Auch ich bin Sängerin und teile meine Geschichte mit vielen Menschen, doch diese klingt etwas anders. Ich hatte Depressionen und darf heute frei sein. Ja, es ist ein Kampf, der alleine kaum zu gewinnen ist. Doch es ist ein Kampf, der für dich schon gekämpft worden ist. Deswegen darfst du damit zu Jesus kommen, dem Sieger. Er hat nicht nur für dich gekämpft, er will dir diesen Sieg über die Depressionen schenken. Erkennst du den Unterschied? Es ist ein Unterschied, der den ganzen Unterschied macht. Denn es ist die Wahrheit, die Menschen wirklich frei macht, wie es in Johannes 8, Vers 36 heißt. Nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Und diese Wahrheit macht dem Zerstörer, dem Gegner der Freiheit, dem Teufel, Angst. Weil er weiß, dass du damit Erfolg haben wirst. Nicht Erfolg in dem Sinne, dass du dadurch steinreich und berühmt wirst. Erfolg für die Ewigkeit. Und dort darf der Teufel nicht mitfeiern. Deswegen wird er alles tun, um dich davon abzuhalten. Diese Sängerin hat hier auf Erden weitaus mehr Erfolg als ich und wahrscheinlich auch weniger Gegenwind und Kämpfe. Und ich bin auch nicht hier, um zu urteilen. Das steht mir gar nicht zu. Ich kann dir nur aus Erfahrung sagen, wenn du die Wahrheit aussprichst, die Menschen Freiheit bringt, wird auch er immer stärker, der Gegenwind. Heute sehe ich das positiv. Denn es bedeutet, dass ich nicht meinen Traum, sondern seinen Traum, Gottes Traum lebe. Und in diesem Rahmen bin ich immer beschützt, weil Gott sagt, hab keine Angst, auch wenn du schwach bist und völlig hilflos. Ich helfe dir. Bist du bereit, statt deinem Traum, seinen Traum zu leben? Auch wenn es dich etwas kostet? Danke für dich!